Die Nachrichten für Baden-Württemberg mit Sven Rex. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend zur SWR aktuell mit viel Sport in der Sendung. Bei den Böblinger Open im Schach messen sich mehr als 300 Teilnehmer aus knapp 30 Nationen im anspruchsvollen Brettspiel. Bis morgen Abend werden 9 Runden ausgespielt. Eine Bühne für internationale Profis, aber auch für hoffnungsvolle Talente aus der Region. 32 Figuren, 64 Felder und noch viel mehr kluge Köpfe. Das ist Schach. Und das ist eine Weltmeisterin. Ann-Marie Mütz vom SC Viernheim bei Mannheim. Im Oktober gewann sie die U16-WM in Griechenland. Ihr deutlich älterer Gegner in der 6. Runde heute, der Ukrainer Dimitri Smets, ein internationaler Meister. Die 3 Spielsäle in Böblingen prall gefüllt. Rund 330 Teilnehmer aufgeteilt in ein A-, B- und C-Turnier, je nach Spielstärke. Vielfalt wird in der Schachgemeinde großgeschrieben. Ob jung oder alt, Schach geht immer. Mit dabei auch der Taubblinde Dario Pibernik aus Schandorf. Er gewinnt heute seine 1. Partie. Dafür braucht es Konzentration, Rechenroutine und eine Engelsgeduld. Bis zu 6 Stunden dauert eine Partie. Toilettengänge und Nervennahrung sind erlaubt. Schwarz-Weiß-Denken ist hier an der Tagesordnung. Zu den Top-Favoriten zählt der Nummer 1 gesetzte Großmeister Kun Ma aus China. Auch er war heute siegreich. Im Gegensatz zu Ann-Marie Mütz, die gegen ihren ukrainischen Gegner verlor. Doch bis morgen Abend hat sie noch Zeit, ihr Taschengeld durch ein nettes Preisgeld aufzustocken.